Robert Krillin gegen Tenshinhan Also wir machen erstmal Super Saiyan Kunde, Super Saiyan, Super Saiyan 3 Super Saiyan 4 und 5 und 6, ich hab ne Stufe übersprungen, haha Aua Der Kampf wird lange dauern Ok, ne, die Attacken machen doch ein bisschen Schaden Gut gemacht Wow, der hat nur einmal einen Dragon Ball Correct und der hat keine Strahler der Kanzel Ich bin so deiner Aura Vielen Dank.